Wer bist du? Geh mir nicht. Ich bin ein Agent des Herrn. Was willst du? Ellen hat sehr viel geklärt und hat ihren Platz im Paradeus erhielt. Ich bin gekommen, um ihre Seele in den Himmel zu steuern. Kannst du mir erzählen, wo die Ellens Schild ist? Nein, ich habe das Schild nicht gesehen. Wenn ich wusste, wo es war, würde ich es um mich verhindern, um mich von meinem fallenen Bruder zu fallen. Was ist denn für diesen Spiegel? Warum ist jeder so interessiert in dem Schild? Schilden haben in dieser Sphäre nicht geklärt. Sie repeln einige und anstrengen andere. Stimmt, wenn man so drüber nachdenkt. Im gesamten Schloss gab es bisher keinen Spiegel. Der einzige Spiegel war im Raum der Dienerin und der ist zerbrochen worden. Vielleicht von der Hexe? Was hat der Spiegel für eine Macht über Ellen? Welche Macht hat dieses Schild über Ellen? Sie kann sie weder ihre Erlösung oder die Erlösung bringen. Sie ist nun auf deinen Schultern. Was kannst du mir über den Teufel erzählen? Was kannst du mir über den Teufel erzählen? Hör nicht auf ihn! Sein Kind bedeutet nur Destruktion und Wohe! Wer ist dieser Surgat, den ich über das gehört habe? Entschuldige den Dämonen! Er hat uns alle Probleme auf mehr als einer Ebene gegeben. Er ist ein Teufel, das machen Dämonen halt. Bitte rette uns! Bitte, rette uns! Schau dich nicht! Die Heilung ist an der Hand. In meiner Hand. Du Teufel! Ich habe den Wandteppich im Raum der Dienerin gesehen, in dem einen Raum da gesehen und ich denke, du weißt, wo der Spiegel ist! Ich habe die Tapestrie in der Maid's Wohnung gesehen und ich denke, du wirst wissen, wo die Ellens mirror ist. Oh, gut, ich weiß, wo es ist. Ich schaute ihn, bevor der Engel kam. Ich wollte nicht einen goldenen Mann, um ihn zu seiner Vorteil zu nutzen. Wo ist die Ellens mirror? Ich schaute ihn irgendwo gut, irgendwo, wo ein Engel nie gehen würde. Jetzt aus meiner Beine! Wer ist dieser Surgat, den ich über das gehört habe? Der Teufel scheint nicht sehr viel von diesem Dämon zu halten. Es klingt so, dass du wirklich Dämonen liebst. Du hast das richtig. In fact, die einzige Dinge, die wir als schlimmer als die unvertretende Freunde sind, sind die Engel. Hm. Wie kann ein Wesen, das so mächtig ist wie du, äh, stoop to fighting like schooltrade? Also, wie könnten ihr mächtige Wesen euch wie Kindergartenkinder balken? Ist das nicht unter eurer Würde? Ach, er hat die Hölle übernommen. Du sagst, dass Am in Kontrollen der Hölle ist? Oh, siehst du nicht so überrascht. Wer könnte sonst in Kontrollen von diesem verdammten Haus sein? Nur Mensch könnte so ein Monster kreieren. Entschuldigung. Nur die Menschheit kann ein Monster erschaffen, was die Hölle kontrollieren kann. Das sind Worte. Autsch. Äh, was meinst du mit Sachen, die wir hier auf der Erde tun, was sie hier unten auch tun? Was meinst du mit Sachen, die wir hier auf der Erde tun, was wir hier tun? Ich meine, dass es immer interne Strugglen gibt, schreckliche Konflikte für Macht. Nur in diesem Fall sind die Strugglen zwischen Enten, die man nicht sehen kann oder kaum sehen kann. Das bedeutet für dich sehr wichtige Probleme. Welche Probleme können diese ungeschossene Strugglen für mich causen? Du musst entscheiden, wer dein Freund ist und wer dein Feind ist. Und, erinnere mich, mit Amm's Kontrolle über morphogenischen Felden. Die Erkenntnisse bedeuten nichts. Entschuldigung. 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 Ted. Wer ist diese Witte, die hier mit dir lebt? Sie ist meine Stiefmutter. Wenn die Erkenntnisse infektierte, hat sie nur über alle Schmerzen in dem Kastel gebrochen. Entschuldigung. Sie ist die Stiefmutter. Sie ist die Stiefmutter, also nicht ihre echte Mutter. Sie sind die Stiefmutter. Bitte, bitte halte durch, Ellen. Dein Vater hat sich auf den Weg gemacht, um ein Gegengift für eine Krankheit zu finden. Bitte, hängst noch an, Ellen. Dein Vater ging um eine Antidote für deine Krankheit zu finden. Das war Wochenende, Ted. Mein Vater wird nie zurück, mit oder ohne eine Antidote. Es ist ein Engel und ein Teufel, die über deine Seele kämpfen. Die Männer haben mich über mein Körper seit mehr als 100 Jahren kämpft. Und jetzt wollen sie meine Seele. Bitte, Ted. Verlässt mich von all dies. Ich will nicht mehr, was mit mir passiert. In den Zirkeln der Hölle? In den Zirkeln der Hölle? Der Spiegel versteckt zwischen dem Fegefeuer und der Hölle. Das sieht aus wie ein ordentliches Handmirr, aber ich kann nicht sicher sein, ob es in diesem Ort ist. Ich habe deinen Spiegel gefunden, Ellen. Bitte, sorry. Ted. Ich habe deinen Spiegel gefunden, Ellen. Dann zeig es mir. Lass mich meine Gesichter eine letzte Mal sehen. Okidoh. Hier. Nimm deinen Spiegel. Oh, ich sehe so leid und leid. Es ist Zeit, zu schlafen. Schlafen immer noch. Sie ist tot. Gott, auf ihr Seid. Nicht so schnell, goldene Junge. Ihr Seid ist meine. Ich habe länger erwartet. Aber Ellen hat so viel zu viel und gab zu viele. Sie verdient Salvation. Hör auf mich, du verfeuerten Propagandamachin. Ich werde dich lebenswerfen, bevor du diese Seele in irgendwoher nimmst. Ich warte, bis ich es verstehe. Du wirst vergessen, dass Patience eine Verwaltung ist. Ich warte, bis es dir ausläuft. 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 Ellen ist jetzt sicherlich in der Höhe. Mein Zeitpunkt ist hier endet, aber ich lasse dich mit dieser Warnung. Geh nicht das Schild, bis du ihn und den Teufel in den Charms-Zirkel bringen. Gott sei Dank, Ted. Wir haben den Teufel eingefangen. In diesem Spiegel. Der Teufel ist in der Höhe. Ich warte, wie lange es ihn halten wird. Sie ist tot, aber zumindest hat sie endlich Frieden gefunden. Aber dieses Mal hat uns ja der Engel den entsprechenden Tipp gegeben. Und zwar mit dem magischen Kreis. Was logisch ist, denn das ist wohl der hier. Aber, hm, da ist ja noch so ein Surgat drinnen. Obwohl, das könnte ja ganz interessant werden. Ich meine, Surgat und der Teufel zusammen in einem Kreis eingesperrt? Nehmen wir das Ding nochmal. Ich habe dir ein wenig Gesellschaft mitgebracht, Surgat. Upsi! Was ist passiert? Wie habe ich mit diesem Dämon getrunken? Ich habe dir ein wenig Gesellschaft mitgebracht, Surgat. Ich habe dir ein wenig Gesellschaft mitgebracht, Surgat. Das war verdammt schuldig, Mensch. In der Hölle, du bist noch nicht mehr Mensch. Nicht genau. Nicht mit dem, dass du für immer immer lebend gehalten bist, nur um und um wieder zu retten zu werden. Wieso? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist dafür verantwortlich? Du solltest nicht hier sein. Wenn diese Sequenz endet, wird jemand auspustet. Mensch, 10. Lass mich aus diesem Zirkel. In return, ich werde die Tür öffnen. Ich werde die Tür öffnen. Ich bin Teil der großen Maschine. Ich kann das tun. Lass mich raus, bevor dieses pompous Oath mich zu sterben wird. Hmm... Ja, mach mal. Also, open the gate to the surface world. Ne, öffne als erstes das Tor zur Oberwelt und dann mache ich den Kreis weg. Open the gate to the surface world first, and then I'll erase the circle. Not to worry, human. I always uphold my end of the bargain. Here you are. But bring your radiation suit. I never promised you paradise. Just the surface world. Enough of this turgid passion play. There's no more to accomplish. Hm. Darf hier gar text. Too bad, Ted. Writhe in sweet agony that the knowledge the surface world is no longer habitable. to your kind. No, not ever again. Who among you shall go next? Aber, eine Sache stört mich. Surgat meinte ja eben, dass einer von uns fünf, also von den fünf Gefangenen hier, für Arm gearbeitet hat. Das wäre ein ziemlicher Nachteil für uns, wenn das stimmt. Aber warum sollte Arm uns das verraten? Surgat muss doch ein eigenes gewesen, äh, Wesen gewesen, genau. Ein eigenes Geschöpf sein. Es kann nicht Arm sein. Warum sollte Arm sich selbst verraten? Der Teufel war definitiv Arm. Er hat ja versucht ihm die Klappe halten zu lassen. Aber, irgendwas macht hier keinen Sinn. Irgendwas geht hier schief. Zwei Charaktere bleiben noch übrig, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's wieder heißt, Let's play! I have no mouth. And I must scream. Wenn wir zu einem sehr, sehr interessanten Charakter kommen, nämlich... Alan. Bis dahin. Tschöschö. Das.